Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Together Valley of Bowser, nein, Super Mario World mit Dero. Hallo. Wir spielen weiter und sind jetzt in der Valley of Bowser, Number One. Und Chuck Norris mäßig, wie wir drauf sind, haben wir diesmal keine Leben besorgt. Ah, 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 Gott, wir sind so hart. Oh Gott, es leckt schon mal wunderschön rum bei mir. Also ich lecke überhaupt nicht. Dann liegt es wohl an dir. Wie immer. Ist ein tolles Düsseldorf, was. Ich habe Angst. Das war nicht so, dass ich in Zilligend bin. Intelligent finde ich. Ja, ich dachte, vielleicht wirft er drüber. Ja, warum soll's her? Nein! Ist nicht. Ejo. Komm ich irgendwie? Ja. Du darfst nochmal. Sehr gut. Du darfst dadurch sterben. Danke. Ich habe das nur gemacht, damit Dero jetzt dran ist. Weil ich ein gutherziger Mensch bin. Mhm. Du weißt, Dero, ich liebe dich deep down from my heart. Du weißt, mein Liebe ist strong. Strong. In my teeth. For you. Because in my teeth, there is my heart. And in my... In my... In my saddle, there is my brain. Wie? Which is for my great English-Kenntnisse. Ich bin begeistert. Ich gehe einfach oben lang. Kann es sein, dass du lagst? Nö. Bei mir schon. Bei mir nicht. Tja, Dero, da liegt es wohl an dir. Aber wenn du bei mir lagst, bin auch ich schuld. Ja. You? Dero, neulich haben sich meine Hämorrhoiden wieder gemeldet. Ich glaube, das ist deine Schuld. Aber natürlich. You? Ich will mal was gucken. Ah. Ah ja. Ich habe nichts zu essen zu Hause. Muss nachher im Schnee noch einkaufen gehen. Ich glaube, daran bist auch du schuld. Geh da runter. Oh mein Gott. Ich muss im... Nein, du musst im Schnee einkaufen gehen. Ja, du... Euer Supermarkt ist zugeschneit. Durch den Schnee... Spin Jump. Ach nee, doch nicht. Nee, 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 nee. Mäp. Ähm. Da, 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 da. Was zum Teufel? Eju. Aber ich höre selber. Ich weep hier rum. Ja, ich finde die Legs auch gerade nicht wirklich normal. Nein, Charlie. Jedenfalls genug Speicherplatz. Es muss am Interwebs liegen. Also ich kann einen Moment... Hm. Wir können nach dem Level das ja vielleicht mal... Ja, jetzt ist egal. Ja, die Aufnahmen sind sowieso unprofessionell und qualitativ unter aller Sau. Was erwarten die Leute denn? Ich habe irgendwie Angst, da runterzufallen. Okay. Hey! Haha. Haha. Wurde verarscht. Nein! 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 Ähm. Wie funktioniert das überhaupt? Sie schleifen deinen Kopf die ganze Zeit so gegen die Decke so... Ah! Wunderschön. Du lebst erst lange nicht lang. Das ist... Das hättest du nicht erwähnen sollen. Ja, ich wollte wieder spielen, damit es nicht mehr leckt. Außerdem wollen die Leute sowieso mich sehen. Immerhin bin ich der Star auf diesem Channel. Ich habe vergessen, wie ich springe. Superstar. Versuch doch, in die Röhre zu gehen. Wo soll die hinführen? Keine Ahnung. Ah! Oh, Boshy. Das sind so Rape-Maulwürfe. Du machst mich fettig. Du machst mich fettig, ja. Aber Dero, da muss man doch nicht mehr viel nachhelfen. Ohohohohohohoho. Io, warum ist hier nichts? Da bin ich doch gerade vorhin auch schon lang gegangen. Du hast mich gelootet. So, hier ist dann die Stelle, wo ich getrollt werde. Ich verstehe. So, ich brauche eine Mitfahrgelegenheit. Hey! Hey! Boshy, man liebt dich einfach nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gerade angestellt habe. Ähm. Ach, das geht gar nicht so. Dero hat wirklich nur gecheatet. Sag ich doch. Was zum Teufel? Ich komme aber auch nicht mehr hier. Du musst vor dem Maulwurf da reinspringen. Aber das ist doch der andere Maulwurf. Wie soll denn das gehen? Keine Ahnung, versuch es einfach. Nein, dann sterbe ich. Du hast aber keine Wahl. Ich verfolge ihn jetzt, bis er in den Abgrund fällt. So. Er wird wiederkommen. Jetzt habe ich den Beweis, dass er tot ist. Kann ja nicht jeder cheaten. Du mit deinen Legs. Du mit deinem Lachs. Rauped ihn. Nein. Da war die Bauwürfe. Ich verstehe das Level noch nicht ganz. Warum? Ich weiß nicht. Wo soll es weitergehen? Verdammt, ich wollte ja in den blauen Block. Achso, genau war ja rechts. Also oben gibt es auf jeden Fall nichts. Ah, da gibt es auch noch diese Yoshi-Coin. Wie soll man da... Aha! Äh, okay. Ich bin super intelligent! Was ist der Teufel? Da unten! Nein! Aber da ist der... großer Pfeil! Ijo, hier ist meine Yoshi-Coin. Was zur... Ne, der Charlie muss da durch. Ich weiß nicht, wie er richtig heißt. Ich nenne einfach Charlie. Und... Charlie! Komm, gut, 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 gut! Und jetzt die Latte treffen. Wunderschön. I am very impressed. Von mir natürlich. Ach. Ich war in diesem Part super nützlich und werde meinen Arbeitseifer auch im nächsten Part fortsetzen. Bei dem wir uns dann gleich wieder sehen und schauen, dass wir Dero's Legs gefixt bekommen. Bis zum nächsten Part. Ey, gut, sowas. Ich war... Bis zum nächsten Turni. Vielen Dank.